Hallo ihr Lieben, ich bin Sarah. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass ich mich vor kurzem bei Herz für Kinder auch für Haiti eingesetzt habe und ganz, ganz viele Freunde angerufen habe, um persönlich auch nochmal ein paar Spenden einzucachen. Und ich bin wirklich überrascht und beeindruckt und so dankbar, dass wir so viele Leute gefunden haben und dass ich so viele tolle Freunde habe, die so spontan so viel Geld gespendet haben. Und nicht nur Freunde, sondern auch Geschäftspartner und mein Team, meine Musiker und ganz besonders Always & All Days, Procter & Gamble hat wirklich ganz spontan sofort zugesagt, 50.000 Euro zu spenden und das ist wirklich nicht selbstverständlich in meinem Geschäft. Von daher nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön und ich glaube, wir haben da ganz vielen Menschen schon einen ganzen Schritt weitergeholfen. Also bis bald!